Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Bevor das Video losgeht, eine kleine Announce an eigener Sache. Als Danke an die Community werde ich morgen auf Twitch, ungefähr ab 7 Uhr morgens bis ungefähr 12 Uhr, 100 Dureal Runs verschenken an die Community. Das heißt, jeder der da ist auf Twitch, schaut gerne mal rein. Vielleicht könnt ihr in einem oder anderen Dureal Run mitmachen. Checkt dafür Twitch ab, Links unten in der Beschreibung, als geht's los mit dem Video. Und zwar, direkt zum Anfang, gibt es neue Cosmetics umsonst. Wir hatten ja letztens schon Cosmetics im Shop, die ihr umsonst abholen konntet. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall machen. Das war so eine Keule, die zeige ich euch gleich noch. Die gab's hier und die konntet ihr euch einfach umsonst abholen. Und wir haben Tier 3 vom Blood Harvest geschafft und haben dafür auch, wie ich finde, ganz coole Cosmetics bekommen. Einmal hier diese komplette Barbarenausrüstung. Ich weiß nicht, ob es komplett nur Barbar ist, aber ich habe es jetzt auch im Barbar auf jeden Fall angezogen. Shop-Thema Loch Reatmao. Ich glaube, das ist eine Barbarenrüstung, finde ich ganz cool. Dazu auch dieses Schwert, was ihr dort seht, finde ich auch sehr nice. Und was ich meinte mit der Keule, dass es diese Keule hier, die gab's oder gibt es immer noch for free im Shop, ist ein bisschen tricky, weil diese Keule gab es auch schon als Twitch-Drop. Damals beim Release, meine ich. Und jetzt gibt's das nochmal für alle for free. Auch wenn ihr den Twitch-Drop schon habt, kriegt ihr das trotzdem irgendwie nochmal. Ich weiß nicht, auf jeden Fall den Twitch-Drop hier gibt's nochmal free im Shop. Und halt auch diese Waffe. Ich blende euch einfach mal die kompletten Sachen ein, die wir bekommen haben. Weil wir haben auch noch ein cooles Pferd bekommen. Finde ich zumindest ganz cool. Das hier. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie eine Kuh. Also tatsächlich, dafür, dass es umsonst ist, ein sehr schönes Pferd. Ich glaube, so eins hatten wir bisher noch nicht. Ich zeige dir das noch einmal ganz kurz im Reitstall. Also auf jeden Fall, die Skins habt ihr jetzt automatisch. Falls ihr euch wundert, ey, wo haben wir die her? Die habt ihr automatisch bekommen. Vom Blizzard geschenkt, weil wir in Season 2 genug Leute gekillt haben. Ich weiß nicht. Das ist das Pferd. Finde ich ganz cool. Zurückkehrender Champion. Sehr cooles Pferd. Aktuell haben wir ja noch diese Segen der Mutter Boost aktiv. Da steht zwar 25%. Es sind aber 35%. Sowohl Gold als auch Erfahrung. Der Hotfix kam gestern oder für euch vorgestern, auch vor drei Tagen. Das heißt, da steht zwar noch 25%. Es sind aber eigentlich 35%. Macht euch da keine Sorgen. Geht auch noch bis zum 27. Und wir haben auch aktuell ein Free Trial von Diablo 4 in Steam. Das heißt, für alle Zuschauer, die das Video gerade sehen, ihr könnt euch das Spiel aktuell umsonst runterladen bis Level 20 spielen. Das würdet ihr wahrscheinlich in Akt 1 dann hier abschließen und einen kleinen Einblick ins Spiel bekommen und dann entscheiden, ob ihr es kaufen wollt. Aktuell ist Diablo 4 auch runtergesetzt im Steam Shop und auch im Battle.net Shop. Also, wenn ihr das Geld noch nicht habt, ihr könnt es mit Steam erstmal testen und dann auch kaufen. Ihr wisst, wie viel Spaß ich damit habe. Wie viele Stunden Spaß. Wir können mal gerade reingucken, wie viele Stunden ich hier drin habe. 873 habe ich hier gerade. Also, da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Noch eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr tradet, dann wisst ihr ja, es ist ein Problem, Gold zu traden. Zumindest auf den Konsolen, weil ihr nicht eintippen könnt. Ihr müsst immer den Button nach oben oder nach unten gedrückt halten. Der ein oder andere von euch, der schon mal getradet hat. Ich kann das jetzt gerade nicht prüfen, zeigen. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr Gold traden wollt, dann müsst ihr stundenlang nach oben drücken, um mal auf die 100 Millionen oder sagen wir mal eine Milliarde zu kommen. Das dauert richtig lang. Und da wird es einen Fix geben. Mit Season 3 kriegen wir einen Patch, wo man dann hoffentlich Gold richtig eintippen kann. Gibt aktuell in Diablo nicht allzu viel zu berichten und Neues. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht mal ein Shane Lightning Magier vorstelle. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wie gesagt, nochmal morgen Dureal Runs auf Twitch live. Wenn ihr da dabei sein wollt, schaut mal bei Twitch vorbei. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen und ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.